Willkommen zur genervten Folge von Digimon Masters Online. Warum denn genervt? Die Quest hat ja bloß zehn Jahre gedauert. Und man ist getötet, 30 Mal gestorben. Jaaa. Ich weiß wohl nicht gerade, was du gemacht hast, aber man hat's auf jeden Fall in der Aufnahme gehört. Oh, ich hab's jedenfalls gehört. Ich hab's nicht gemacht. Es hat sich so angehört, als hättest dein Mikrofon so schön am Pulli lang gerieben. Nee, hab ich nicht gemacht. Na gut, und naja. Jetzt werden wir auf jeden Fall mit Simon reden und mit noch irgendjemanden, den ich jetzt spontan vergessen habe. Mit Digimon. Wo auch immer das ist. Digimon ist da, wo wir spawnen. Achso, also das wieder, gut. Achja, die haben wir jetzt natürlich bekommen, weil wir das bei Baboman abgegeben haben, die Quests. Was? Hier. Mistimon. Mistimon, wo ist denn dein Star, du? Geh weg von mir Mistimon, das war nicht so gemeint. Ja, das ist das, was mich auf den Refuge immer angegriffen hat. Ich hab' dir nur... Ich stehe normalerweise auf der anderen Seite des Tals. Ja, das gibt ganz viele davon. Es gibt auch so eine Quest, wo du die alle töten musst. So. Pipe doch nicht stehen, Tai. Lauf! Lauf um dein Leben! Lauf! 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 So. Hat er ja die Quest, die wir vorhin abgebrochen haben, oder was ist das? Mal mal gucken. Weiß ich nicht, ich bin noch nicht da. Äh, ja, es ist die Arachemann-Quest. Gut, gib ab. Und was ist die andere Quest? Digimon! Digimon Leader! Okay. Die Digimon sind da ganz hinten. Ich geh schon mal, vielleicht zählt das ja dann, wenn du schon mal dann hinter mir bist. Digimon! Digimon! Ich hab' hier aber noch eine... Ja, die mit den Arachemann-Webs. Schön, die braucht man nicht. Nee, ich hab' hier noch ein cooles Feld mit einem roten Fragezeichen. Hä? Und für wen? Weiß ich nicht. Wo ist das? Hier unten bei den Zongokumon. Wenn man weiß, was du da schon wieder gemacht hast. Ach, das ist der Starmon. So, ich bin jetzt auf jeden Fall bei... Bheh, heh, 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 heh... Auf jeden Fall bei den Dickmon. So. Bin immer sehr gespannt, ob das für dich zählt. So. Nee, ich fang jetzt an. Ach du Bastard, Alter! Ach so, hat das trotzdem für mich gezählt. Und, für dich auch? Nö. Vor allem, er steht neben mir. Macht nichts. Und, während ich angreife, greift er auch an. Jetzt zählt, das ist wieder nicht für dich. Okay. Also du bist ja auch... ne, du bist ja auch von der Nähe. Ist das jetzt jetzt gezählt? Ja. Muss ich nochmal ein Lieder machen. Oi, Junge! Ich glaube, ich muss mal den Chanel wechseln. Ah, das mach ich dann erst, wenn du mal dann hier bist. Ja, das hat jetzt auch gezählt. Ich hab jetzt schon zwei Digmon in meiner Liste und ein Lieder. Ach komm, verschwinde. Greif an, greif an! Ja! So. Naja, vielleicht schaff ich es auch ohne Chanel zu wechseln. So. So, ich bin jetzt auch endlich mal. Ah, der Typ ist jetzt auch weg. Ah. Du bist jetzt also da, ich verstehe. Na, dann kannst du ja auch wieder gehen. Ja, du schaffst es ja gut alleine. Gut. Ne, warte mal, wir sind ein bisschen zu Tentomon. Ah, da ist ein Paket. Von DHL. Ah ja, danke für das DHL-Paket. Das hat mich sehr gefreut. So, was möchtest du? Was möchtest du? So. Use Telescope. Wo sollen wir das benutzen? Ich glaub da oben irgendwo auf den Hügel. Wo Leomon gesehen werden kann. Mhm. Wo ist es? Teleskop, wie sieht denn das aus? Das hier? Ah ja. Jetzt, 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 jetzt. Nehmen wir noch nicht. Jetzt, 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 jetzt. Ich glaub. Hier vielleicht. Hier, 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 hier. Ah ja, hier. Okay. Hätte man auch mal ein bisschen eher machen können. So. Ja, das sind natürlich auch so Quests nach meinem Geschmack. Einfach bloß mal was benutzen und so. Danke, Mau, dass du mir im Blick stehst. Hallo. Ah, jetzt. Ich mach nur zehnmal anklicken. Baboman. Ich vermisse meine Subkleidung. Ja. Jetzt musst du ganz nackig hier rumlaufen. Something... ...is there. Speak with Baboman. Hm. Uh, ich bin gleich Level 70. Also mein Digimon. Für den Tamer dauert's doch ein bisschen. Ich glaub nicht mehr mein, mein Charakter ist Level 70. Ne, für ihn noch 50%. Für Level 70, ach so. Ja. Okay. So, liebe Freunde. Jetzt ist es raus, wer der nächste Raidboss ist. Wie gesagt, vielleicht habt ihr es ja auch schon immer mal so im Chat gelesen. Die quatschen ja da immer ständig über Leomon. Und natürlich, wie man hier sehen kann, ist es tot. Natürlich. Wir sind jetzt dran. Also muss es tot sein. Was auch sonst. Leomon rät. Was rät denn Leomon uns? Sich neue Kleidung zu kaufen. Und isst immer schön euer Gemüse auf. Ja. Es liegt eine Luft von, äh, Schnitt in der Luft. Ja. Also ich glaube, ich werde mal hier wieder einen Cut machen. Weil wir jetzt dann wieder ewig warten können, bis mal Leomon kommt. Glaub ich einfach mal. Denk ich mal so. Ja. Na gut. Also. Ich mache mal Schnitt und dann... Uh. Getrank. 2.166, neil. Und dann sehen wir uns wieder, wenn dann das Leomon endlich da ist. Also bis gleich. Vor allem, äh, hier. Schautnachricht. Leo! Schreibe ich jetzt. Warte. Ähm. Wie macht man das? Ach da. D-Ka-p... Alter, was hat man so geschrieben? D-Ka-prio. D-Ka-prio? D-Ka-prio? Ich weiß gerade gar nicht. Ich bleib trotzdem mal Channel 2. Ich bleib trotzdem mal Channel 2. Ich ba... Ich ba... Ich halte den Channel am Leben. D-Ka-prio. D-Wirsich... G-kipp Dees nicht. D-Ka-prio? D-Ka-prio. D-Ka-prio. Du kannst nur das Schirmatmog. D-Ka-prio. Ich bin ja froh. Teilen? Nö. Oh, wenn man's nicht alleine schafft, dann wird natürlich rumgeholt. Ja, kenn ich ja von Teilen, ne? Was? Ich höle doch nicht rum. Nein, aber wen im Teilen? Wieso? Das steckt doch schon im Namen. Da haben wir Teilen. Warum teilt er dann deine Thamer-Kraft nicht mit mir? Teilen? Was hängt hier jetzt für'n Busch? Zwischen uns? George, oder was? Ne, hier, Daniel. Hä? Ich seh ihn an der Busch. Ne, hier, ne, da ist ein Busch auf dem Fußbruch. Hä? So'n Rosenbusch. Ja, hm, hm. Steht eigentlich genau vor dir. Hm. Leomon ist heute schüchtern. Komm schon, Leon. Leomon. Leomon. DiCaprio. Leomon. DiCaprio. Leomon. Bitte erscheine. Ach du Scheiße. Ich hab ein paar Freunde mitgebracht. Ich stelle sie dir kurz vor. Nein, ich will sie nicht. Rosenbusch, oh Rosenbusch, wenn ich dich nicht mehr mag, dann sag ich Kusch-Kusch. Du bist zu grün, du bist zu rot. Manchmal riechst du etwas nach Pflaumen. Pflaumen ist rot. Ich hör meine anderen Gangmitglieder nochmal, wo ich bloß einmal um den Block laufen. Die warten nämlich immer hier. Kommt! Attacke! Wir haben nicht so viel Bock. Kommen nicht alle mit. Rex ist pink, Latsuli ist blau. Ich bin Tai. Das weiß ich genau. Heute sehr episch. Ja. Deswegen auch gleich die Reaktion von mein Digimon. Punkt, 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 Punkt. Das ist ja witzig. Wir können ja auch mal Salomon-Vergleich machen. Ich find's lustig, dass... Ich dachte immer, dass ein Algemann es bloß anders ist, weil das komische Binden um seine Klauen hat. Dabei hat das auch eine völlig andere Schnauze und völlig andere Augen. Stimmt. Kommen, komm, komm, komm. Obwohl... Kramon... Schon 116%... Wie, das ist noch 116% groß. Alter, ist ja voll klein. Dann muss ich noch was ändern. Meins ist 118% groß. Ja, ich muss doch mal fruten irgendwann. Irgendwann. Ich habe jetzt vier Stück. Ne, fünf sogar. Ach, ich mache einfach mal. 116. So, 116. 114, nein! Scheiße. 117, okay. Also 117. Ich könnte noch die zwei Fruits benutzen. Hm, warum nicht? 116. Mein letzte Fruits. 118. Yeah. Und? Ja, mein Schöne 0. Ist es Schöne 0? Ja, doch, komm schnell, das ist recht tot. Ich bin auch gleich tot. Komm mal zurück. Komm mal zurück, komm mal zurück, komm doch mal zurück! Oh, scheiß Grey-Mossel. Ist du jetzt da? Ja, ui. Ja, greif an und mach dann die Triller-Pfeife zum Zurückpfeifen. Dann ist es tot. Greif bloß einmal an oder so und dann pfeif zurück. Also steh ein bisschen weiter weg, denn das heißt, dass jemand auch zu dir zurück kann. Obwohl, gerade werde ich nicht angegriffen, das ist gut. Oh, jetzt werde ich angegriffen. Zurück, 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 zurück! Komm doch zurück, Mann! Meine Fris, dauert immer. So, sehr schön. Oh nein, jetzt habe ich es aufgeläschert. Und wen greift der Metall-Citra-Mor noch an? Weiß ich nicht, der ist irgendwie geistesgestanden. Ach ja, willkommen zurück! So, Tiki-Mossel-Sonder. Ach, vergessen. Sagen. Ja, na gut, ja, lass ich mal wieder. So, Tiki-Mossel-Sonder. Ach, ja. Na gut, ähm, dann geben wir die Quest jetzt noch ab. Möchte ich gerne auch mal wieder diese Folge schließen. Ich glaube, die ist auch schon wieder lang genug. Ich weiß es gar nicht. Ja. Yay, Level 70! Was müssen wir jetzt eigentlich noch machen? Tentumon, okay, das können wir auch noch machen. Hätte Schor? Hier ist doch gar keine Schor. Ach so, dann ist das schon die neue Map, dann. Ach so. Ach so. Oho. Na dann machen wir das doch erst nächste Folge. Ja, ich weiß, ich bin gemeint. Also, dann, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Dann sehen wir uns wieder auf der neuen Map. Seid gespannt. Ja, also, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.